Hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Kamo-Chan. Heute mit einem Guide zu dem Thema Genforschung, wie craftet man eigentlich Gene, wie verbessert man diese und was für Besonderheiten gibt es gegebenenfalls eben für das Thema Gene. Vorab erstmal, ihr solltet glaube ich einen Tutorial Quest dafür haben für das Thema Gene, wenn ihr die gemacht habt, solltet ihr eigentlich eine Genwerkbank bekommen, solltet ihr keine bekommen haben oder keine mehr haben, dann könnt ihr sie einfach an der Bauwerkbank bauen, unter Möbel und dann einmal unter Produktion, dann könntet ihr hier die Genwerkbank bauen. Schauen wir uns nun einmal die Genwerkbank an, dazu gehe ich einmal kurz hier hoch und wir schauen uns einmal das Menü an der Genwerkbank. Das ist eigentlich unterteilt in Gene herstellen, Gene verbessern und Gene ausrüsten. Insgesamt gibt es vier verschiedene Gene, das können wir uns auch bei dem Herstellen der Gene eben entsprechend anschauen. Es gibt ein aktives Gen, ein Widerstandsgen, ein Erweckungsgen und eine Superkraftgen. Alle vier Gene müsst ihr oder solltet ihr herstellen und alle vier Gene sind gleichzeitig ausrüstbar. Ihr könnt keine zwei Superkraftgenen nehmen, sondern immer nur ein aktives, ein Widerstand, ein Erweckungs- und ein Superkraftgen. Beim Herstellen benötigt ihr eben die Synthesereagenz, die man hier und da mal wieder bekommt, aber auch zum Beispiel im Goldshop kaufen kann. Bevor wir nun ans Craften gehen, können wir uns einmal hier per Effektvorschau anschauen, was für Effekte es gibt, beziehungsweise was für Effekte eventuell eben auf unseren Genen landen könnten. Gehen wir hier oben auf das i, sehen wir auch die prozentualen Chancen, wie viele Werte denn auf so ein Gen kommen könnten. Zum Beispiel haben wir 30% Chance zwei Gene zu generieren, 30% drei Werte zu generieren und eine 40% Chance vier Werte zu generieren. Für das Herstellen von Genen benötigen wir zum einen Ressourcen. Ihr könnt hier, wenn ihr noch alte Ressourcen habt, die nicht aktuellsten sind, könnt ihr zum Beispiel die alten Ressourcen nehmen. Wir brauchen immer zwei Cumons, also zwei grüne und zwei Rares, also zwei blaue. Das kann man hier entweder manuell entscheiden, so wie ich jetzt gerade hier, zack, oder man könnte auch das schnell hinzufügen drücken. Da würde ich aber aufpassen, denn es kann sein, dass er dann die aktuellen Sachen nimmt und nicht eben die alten Sachen, die ihr vielleicht noch loswerden wollt. Deswegen schaut da lieber besser rein. Ihr sucht euch dann entsprechend eines der Gene aus, das ihr haben wollt. Hier kann ich nochmal schnell das schnell hinzufügen zeigen, dann seht ihr das. Ich füge das jetzt also noch einmal kurz manuell hinzu. Das hat er nicht genommen. Zack und zack. Und dann könnt ihr hier auf erstellen drücken. Wenn ihr hier mehrere gleichzeitig herstellen wollt, könnt ihr das einfach hier tun. Natürlich braucht ihr dann auch mehr Ressourcen und vor allen Dingen mehr Synthesereagenzen. Ich habe jetzt für dieses Video einfach mal nur eine Reagenz vorbereitet, damit ihr das einmal seht. Deswegen machen wir hier mal ein Gen und es fertigt dann eben kurz ein paar Sekündchen und wir erhalten dann ein Ergebnis. Wir haben in dem Fall ein graues Gen bekommen. Also es gibt hier auch wieder grüne, blaue Gene und haben eben eine Genwertung von 120 mit vier Stats bekommen. Ich zeige euch nun einmal, wie man Gene verbessern kann. Das ist dann einmal die genetische Rekombination. Und bei der genetischen Rekombination gibt es hier einige Infos, die ihr euch eben angucken könnt. Und ja, ich will die gar nicht alle durchgehen, weil das ist leider ein zu komplexes Thema. Der Grundgedanke ist eigentlich wie bei den Waffen und Co, wenn ihr da eben Werte übernehmt, dass ihr euch ein Gen aussucht. Wir haben gerade ein Erweckungsgen gebaut. Das heißt, ich nehme mir jetzt das Aktuellste, das ich ausgerüstet habe. Es ist momentan ausgerüstet. Ich kann es trotzdem hier eben auswählen. Dann sagt er mir ja, mache ich. Aber dann ist es eben nicht mehr ausgerüstet. Das heißt, ihr seht, ich habe momentan ein Gen mit 242 Wertung und könnte jetzt hier zum Beispiel andere derselben Kategorie kombinieren, um es eben zu verbessern. Ihr seht, ich hätte nun eine 5% Chance, 6 Werte zu bekommen, eine 17% Chance, 5 Werte zu bekommen und eine 78% Chance, Wertemenge ist kleiner oder gleich 4. Das heißt, ich könnte auch weniger oder exakt 4 Werte zurückbekommen als Ergebnis. Man könnte nun genauso wie bei den Waffen und Rüstungen hier zum Beispiel einen Wert sperren. Das heißt, wenn ich Lust habe, zum Beispiel ich als Heiler keine Fertigkeitsstärke zu verlieren, dann locke ich das eben hier, benötige dann dafür aber eben auch ein Stabilisierungsmittel pro Versuch. Ebenfalls braucht jede Rekombination drei von den Rekombinierungsmitteln. Entschuldigt. Wenn ihr keinen Wert sperrt, dann würdet ihr auch nur diese Rekombinierungsmittel benötigen. Ansonsten, wie gesagt, eben hier die Stabilisierungsmittel. Auch hier können wir uns vorher die Effekte einmal anschauen, die eventuell entstehen könnten, wenn wir denn erfolgreich werden. Wir das restrukturieren. Mein Gott, heute haben wir es mit schwierigen Wörtern. Kostet 1200 Silber. Wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Keine Angst, sollte es nicht funktionieren, könnt ihr euch wieder entscheiden, die alten Werte zu behalten. Nur das neue Gen ist dann trotzdem weg. So, wir sehen nun also, es hat sogar tatsächlich funktioniert. Ich würde nun mehr bekommen. Hier sehen wir auch eben unsere Fähigkeitenstärke, die wir behalten würden. Wir nutzen nun also die neuen Werte einmal. Und dann geht es zur Gen-Transkription. Das ist eigentlich nichts anderes als das Ausrüsten der eben entstandenen Gene. Und wie ihr seht, das grüne Gen, das ich zuvor ausgerüstet hatte, ist nun blau. Das ist also schon mal sehr gut. Ist es blau, könnte ich es sogar schon auf dem Markt verkaufen. Ich montiere es in dem Fall. Und hier würdet ihr nun alle vier Gene ausrüsten können. Ihr könnt dann immer wieder wechseln. Und ihr würdet auch sehen, wo ihr eventuell noch Gene habt oder nicht. Wichtig hierbei wäre es dann aber auch, es gibt eine Gensynergie. Hier rechts seht ihr grundsätzlich erstmal eure generellen Werte. Ihr könnt aber auf die Info klicken und erhaltet dann eben zur Gensynergie verschiedene Informationen. Also die Gensynergie sagt eigentlich nichts. Wenn eben diese Gene eine gewisse Voraussetzung erfüllen, dann bekommen sie nochmal ein Level on top, was euch wiederum stärker macht und eure Werte erhöht. Zum Beispiel würden wir Synergie Level 1 bekommen, wenn vier Gene mit mindestens fünf Werten erhalten, einen zusätzlichen Wert mit Level 1. Das heißt, wenn ich vier Gene mit mindestens fünf Werten hätte, würde ich einen zusätzlichen Wert mit Level 1 erhalten. Wie ihr seht, habe ich das momentan nicht erfüllt, denn momentan habe ich nur drei Gene mit fünf Werten. Das heißt, als nächstes wäre meine Aufgabe, mich um mein Widerstandsgen zu kümmern, damit ich versuche, dort eben fünf Werte reinzubekommen, um hier eben das Synergie Level 1 zu bekommen. Und so geht es eben weiter. Das müsst ihr dann eben schauen. Es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Sinn darauf zu achten und es macht auch sehr viel Sinn, eure Gene stetig zu verbessern. Eure Gene pushen nämlich euer Rating und natürlich auch eure Stats ums Massive hin on top. Das könnt ihr euch auch eben hier anschauen, wenn ihr nun zum Beispiel hier reinschaut. Dann hat mir allein die Gentranskription schon wieder 1031 Punkte gebracht. Das ist ziemlich ordentlich und ich finde, das sollte man dann auch entsprechend nutzen. Ja, das war es eigentlich auch schon zum Thema Gene. Es geht noch viel komplizierter. Wie gesagt, ihr könntet euch natürlich in der Genfertigung zum Beispiel auch darauf erpigen. Also es gibt ein paar Hardcore-Spieler, die das tatsächlich machen, die auch wirklich radikal versuchen, nur ihre Werte drauf zu pushen, die sie eben kriegen. Was ein bisschen kompliziert ist, da man ja immer nur einen locken kann. Auch bei der Rekombination muss man halt immer abwägen, welche Werte sind besser, welche sind mir gerade wichtiger und so weiter und so fort. Deswegen setzt euch da gerne mal ein bisschen auseinander. Ihr könnt mich auch gerne mal in den Kommentaren schreiben, was so bisher euer bestes Gen ist, das ihr entwickelt habt. Mit welchen Stats und vielleicht auch mit welchem Rating. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da noch, was hier mir da so alles mal zeigt. Und ja, viel Spaß beim Gene-Synthetisieren. Ja, bin gespannt, wie weit uns das noch bringt. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, dann drückt gerne das Glöckchen. Und wenn ihr mich ingame supporten wollt, dann könnt ihr gerne meinen Creator Code KAMO666 benutzen. Ansonsten freue ich mich auch immer über euer Feedback oder über Kommentare und sage dann einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.